Hallo, ich kümle mit rechts und wir kommen noch beim Rosenkulant zurück zu 9083. Wir sind jetzt mittlerweile in Nacht 3 angekommen. Wollen wir mal gucken, ne? Wann ist das jetzt erwartet? In Nacht 3. Ich muss ja gestellten, ich hab jetzt ein paar Tage nicht gespielt. Und ich weiß überhaupt nicht mehr was ich machen soll. Ich hab keinen Blattenschwer mehr. Ah, es war ja nur die Tür. Und der Stress mit der Energie, ne? Jo, dann load mal, du Fullhunk, ja. Please hold the line. Ich weiß mal, wir dürfen nicht in die Kameras gehen. Und wir haben ja letzt mal wieder verkackt. Wieso hab ich immer hier noch eine Null stehen? Wir haben es doch überlebt, oder nicht? Was diese Null dazu bedeuten hat, die Schwarze? Keine Ahnung. Grün bloß nicht immer. Aber da steht Null, Null, Null. What? Diese sind ja drei Nullen. Bin ich Triple Zero? Bro. Äh. Noch kommt ja keiner. Was anderes muss ich ja nicht tun, ne? Auf die Kameras ist ja eh geschissen, ne? Kommt ja eh keiner. Aber wir sind immerhin bis jetzt nach drei gekommen. Hä, ich hab noch 89%, es ist immer noch 12 Uhr, also... Ne, Monitor, das könnt ihr euch abschminken. No Monitor. Coasts too much energy. Warum ich hier keine Nasenstube hab da noch? I, 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 I. Äh, Furcht Joe hier. Giovanni Alcarpone. Dickel, Dickel, Bang, Bang. Chica, Chica, Wara, oder was weiß ich. Äh, 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 äh. Verstehste? Rote Hürweiküken. Rasieren muss... Rasieren muss ich mich noch. Wir haben Dienstagmorgen 1.43 Uhr. Und ich leide unter extremsten Zahnschmerzen. Hau aber erst am Mittwoch einen Termin. Da könnt ihr mal wieder sehen, was ich alles für mich aufnehme. Oder über mich ergehen lasse. Nur damit ihr hier... ...ausreichend mit Material versorgt seid. Ne. Aber ich mach's ja gern. Ist ja nicht so, dass es ein Musi ist oder so. Ne, ich mach das ja gern. Mir macht Spaß. Und ich freu mich ja, wenn ihr... Wenn ihr Freude habt. Verstehste? So, der Zersprung wäre mal weg. Jetzt kommt der andere, der Chica. Ich bin hier. What? Für was diese Monitore sind, das weiß aber kein Mensch, ne? Da hab ich bis jetzt noch keinen Plan. Seht man sich... Oder wenn wir dieses zwei Türen wären, dann wären wir cool, ne? Two Doors. Ich bin hier. Äh... What the fool. Nicht, nicht dass ich irgendwas machen muss, verstehst? Jesus Christ. Aber jetzt nichts mehr mit den Monitoren. Ich... Ich trau dem als nicht. Nachher steht da noch einer rechts, ne? Aber was willst du dann machen? Ich weiß es ja nicht, ne? Keine Ahnung. Aber so wird das eigentlich gar kein... Gar ein schlechter Spiel. Ist halt ein bisschen arg. Low... So, ne? Wie soll man sagen? Es könnte ein bisschen... Eine zweite Tür. Es fehlt eindeutig eine zweite Tür. Oder eine Ventilation. Oder... Irgend noch was. Wie jetzt nur diese eine Tür. Oder wenn wir da was mit den Monitoren anfangen könnten. Oder irgendetwas. Das High here. Das ist... Dann lieber High Heels, ne? Äh... Es sei mir verziehen. Ich steh unter... Er ist nicht gegangen. Hä? Ich hab kein Geräusch gehört. Ich bin ja voll gedröhnt mit Schmerzmitteln. Damit ich sie überhaupt einigermaßen auf die Reihe krieg. Hier, ne? Mit streamen. Mit Videos aufnehmen. Und so, ne? Er geht mir jetzt aber so langsam auf den Sack. High here in High Heels. Hä? Kennen wir uns? Ich hab dir nichts Du angeboten, du Arsch. Wacke. Ich bin hier. Ach schon, ist er weg? Jo. Aber wir sind immer noch bei 42%. Aber die nächsten sind ja ziemlich lang, im Prinzip. Ich bin hier. Jo. Er geht sich schon ein bisschen auf den Keks, würde ich sagen. Ein bisschen. Ich bin hier. It's good, man. I'm here. Tch. Crazy. I'm here. Nervt er ein bisschen, oder nicht? Er nervt ein bisschen. Ein bisschen. Ich darf mich nicht so arg hier rumzappeln, verstehst du? Sonst, ich bin schon mal hier nicht rechtsseitig zur Tür gekommen, ne? Von dem her ist er im Prinzip auch. Man muss ja eigentlich nur warten, bis ja mal einer erscheint und dann... I'm here. What? Da steht die Foxy. Ich hab's doch gewusst. Er sagt immer, hi, hier. Die Foxy. Die Bananen. Ja, hallo. Er steht hier einfach mitte im Weg, die Foxy. Was ist denn das? Jetzt weiß ich auch, warum der Hai hier sagt. Das macht ja dann einen Sinn, ne? Wenn dann einer in der Office steht. Sonst würde es ja keinen Sinn machen. Und du verschwindest hier. Jo, ja jetzt ist aber hier Sing Sing im Wille-Viertel, oder was? Jo, du auch noch. Aber jetzt ist Ruhe. Jetzt ist Du-Stamm-Karton, ja. Oder Ruhe im Karton. Die Office gehört mir. So, nicht Kollegen. Verstehst Du? Aber wenn man denkt, die Nacht geht jetzt schon... I'm here. Ihn anklicken. Dann ist er nämlich weg. I'm here. Ihn anklicken. Sonst geht er mir nämlich nur auf die Glöten. Die Nacht hat jetzt siebeneinhalb, fast acht Minuten gedauert. Aber jetzt müssen wir ja noch reparieren, ne? Jetzt will man noch Repair. Für die Parts. Servus. Oh, ich schocke ihn weg. So muss ich's machen. Damit ich siehe, wer da kommt. Verstehst? Und ist ja das, was dann immer so lange dauert, ne? Noch bewegt er sich nicht. Aber so sieh ich ihn. Wenn ich hier am Eck stehe. Verstehst? Er bewegt sich noch nicht, ne? Noch bewegt er sich nicht. Noch kein bisschen. Hier, was ist? Kein Bock heute, oder was? Er bewegt sich nicht. No. Alles easy. Im Moment. Es wäre doch glatt, wenn wir das jetzt hier an den Generator hier wieder auf Vordermann kriegen, oder? Heimma weg. Ticke, 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 ticke. Da hätte man sich auch ein bisschen mehr Action hier einfallen lassen können, wie außer dieses... Das ist so ein ganz mickriges... Wegschocken, ne? So ein bisschen Blitze oder so. Weiß wir nicht. Ich sag ja nur, wie ist mein Empfinden, ne? Es dauert halt noch, ne? Wir sind bei 82%. Ja. Das sind dann immer weg. Ich hoffe, er kommt jetzt nicht mehr. Dann haben wir es nämlich geschafft. Okay, gell. Okay, gell. Alles easy, oder? Easy. Wenn man es weiß, dann ist es okay. Wenn man sich... Oh, es ist wieder zurück. Ja, Freunde, das war ein weiterer Part von 9083. Nach vier wird es ja mal weiterer Part geben, weil ich nehme jetzt schon zehn Minuten auf. Ich bedanke mich bei euch für das Zusehen. Wird mich freuen, wenn ihr mit Einschränkern oder bei einem großen Kanal habt. Dann werdet doch dieses Video schreibt es in den Kommentaren, falls ihr noch kein Abo habt, dann will ich noch aufs Köpf drücken. Please the hate button for subscribing to my channel. Ansonsten genießt das Leben. Enjoy, life. Macht Spaß miteinander. Braucht ihr nicht. Und bis zum nächsten Mal. Dankeschön mit dir und fingerliger uns. Eure Zigaretten. Seid mir good bye. Bye bye.